moin moin kurze anmerkung bevor das video erscheint für die neue elengrad ich habe die folge aufgenommen ohne witz und wir haben hier eine wiese bzw wir haben zwei wiesen die eine wiese die ich gerade mähen möchte entschuldigung ich habe einen bonschen man müsste die wiese die abflügen damit man besseren ertrag hat wollte ich machen also hier bei unserem kuhstall misthaufen genau gerade hoch wollte ich fliegen ich habe den fans drauf angesetzt mit dem flug fünf vorgewände cosplay check passt auf einmal spielt das spiel ab ich wollte euch nur bescheid sagen spielen ist noch da spiel spannend ist es den spielstand ist noch da nur ich glaube ich werde die wiese nicht pflügen ich glaube das lassen wir lieber kalten können wir auch nicht würden würde ich die auch nicht also wenn wir damals schlechten ertrag darauf haben ich wollte euch nur bescheid sagen jetzt kommt die folge ich wünsche euch was am besten guckt ihr die hier zuerst bis denn